Ja, ein herzliches Tolo zusammen. Hier ist wieder eine neue Episode von Saturday Night Gaming. Wir haben gerade ja Soldat gespielt und haben uns überlegt, wir gehen jetzt mal auf den Puzzle-Plattformer Portal 2. Und mit mir dabei ist der Hagen. Servus. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Also wir beide sind jetzt die süßen kleinen Roboter und müssen uns durch dieses schönen Puzzle-Level, sag ich mal, kämpfen kann man ja nicht sagen. Wie kann man es am besten ausdrücken? Ja, wir müssen es ja lösen. Portal 2 ist ja ein richtig guter Puzzle-Plattformer, kann man sagen. Wo man auch mal wirklich bei vielen Levels die Grips anstrengen muss, um mal wirklich auf die Lösung zu kommen. Und ich glaube, im Koop-Bereich ist das sogar noch ein bisschen mehr und schwieriger, oder? Ja, weil es gibt halt Stellen, wo man sich echt absprechen muss, Timing-technisch. Und da müssen beide schon sich konzentrieren. Wenn einer pennt, dann ist es blöd. Ah, ich bin der P-Buddy. Ach, den war ich gerade kurz. Ja. Beim Starten. Wir müssen ja auch mal testen, bevor wir loslegen können. Du bist Atlas, ich bin P-Buddy. Ich winkte dir. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Du wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Äh, mein Lieblingstier? Ich weiß nicht, ey. Haben wir ein Nashorn-Bibi? Wahrscheinlich, ja. Nimm den Kock. Meins? Nimm den Kock. Nimm den Kock. Oh Gott. Mmh. Gold. Ah, das war Gold, ne? Gold, ja. Ich hoffe mal. Ehrlich gesagt, ist peinlich. Ich weiß es aber nicht. Ich hab's wieder vergessen. Unten ist eine Versionsnummer vom Envia-Treiber. 1-9-6-9-7. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor dem... Oh, ich hab gewoh... Geh. Zeigt mir mithilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Ich würd sagen, da, oder? Zack, zack. Orange erhält zuerst ein Portal-Gerät. Ah! Hä? 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 Ist bei mir falsch, oder? Du musst eins noch nach da oben machen. Ah, so. Alles klar. So. Jetzt habe ich eins. Endlich, danke. Das Tutorial ist ganz nützlich, aber wenn man den Single-Player schon gespielt hat, dann braucht man es nicht mehr. Kalibrierung, Gewicht Blue. Kalibrierung, Gewicht Orange. Die hat dich fett genannt. Ja, ich glaube auch, ey. Wer weiß die das? Mein Gott. Okay. Okay. Äh. Achso. Äh? Rot? Hä? Was? Wie? Das wollte ich nicht. Was habe ich gemacht? Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Tritt ein. Du kannst durchlaufen. Achso. Ist das pretty old? Ah, okay. Ich dachte, ich wollte es mal noch zeigen. Ah, guck mal an. Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung akkurriert. Hallo? Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Ja, ist. Wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Äh. Da ist was für dich. Oh, ich hol's. Hast du das wohl schon? Ja, warte. Dann muss ich die durchgeben. Warte. Warte. Alles klar. Ja, hier noch nicht. Wahrscheinlich. Dankeschön. Dankeschön. Ah, Teamwork. Guck mal, so geht das. Naja, das wird noch ziemlich tricky dann. Äh. Moment. Was, nicht irgendwo hier? Ja, und da oben. Nee. Nee? Ich seh das sonst nicht. Warte. Warte. Wand. Ist was auf deiner Seite? Ich seh das. Ach, da oben ist was. Warte mal. Aber das kann doch nicht sein. Da oben, oder? Doch, warte mal. Vielleicht. Warte mal. Ach so. Doof. Jetzt. Komm und zurück. Ich hätt mich erst mal hier draufstellen sollen vielleicht. Ja. Genau. Was machst du mir eins da und eins da oben. Nein, du bist durch die Nanowand gelaufen. Okay, warte. Ja. Oh, ich steh nicht richtig drauf. Sorry, mein Fehler. Alter, nochmal. Jetzt aber. Ja. Alter. Endlich. Ich glaubte schon nie mehr testen zu können. Uh. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschaffen. Ja. Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Schluss jetzt. Ah, cool. Keiner da. Ja, ja. Ich komme. Ich komme. Und tschüss. Ist doch unfreundlich, dass sie uns wieder auseinanderbauen, ey. Ja. Ist doch eigentlich ein Aufzug. Ruckelt das immer so? Beim Ladebildschirm. Okay. Nö. Also bei mir ruckelt jetzt gerade nichts. Das kann schon sein. Jetzt ruckelt es mal kurz. Ja, jetzt ruckelt es bei mir nicht mehr. Ich bin auch allgemein ein bisschen dicker. Das passt eigentlich. Nein. Geil, ey. Oh. 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 Okay. Oh, das sieht aber wirklich schön aus, ey. Wie können wir uns jetzt aussuchen, was wir machen wollen? Also... Was ist das denn hier? Was ist das denn hier für ein Ding? Das sind die Bonus-Lesel jetzt hier drüben. Hier sind die ganzen Kammern durchnummeriert. 1, 2, 1. Das orange bedeutet, dass ich sie schon alle gespielt habe. Achso Möchtest du ja trotzdem überall rein oder wie sehe ich das? Ja, also wir können ja mal mit dem ersten anfangen Ja, komm Ah Das heißt, du hast alles komplett schon durch Und wie lange ist man dazu gange? Wenn man so, jetzt sag mal, wie viel kann man Sinn? Also wir haben es in zwei Sessions gemacht Ich schätze mal so insgesamt vielleicht nochmal acht Stunden sowas in dem Dreh Wow Was wäre aber ein langes ZT Night Gaming? Es gibt natürlich auch so ein paar Kammern, wo man wirklich 10, 15 Minuten davor steht Und keinen Plan hat, was man machen soll Kann ich durchgehen? Ja Wo ist der zweite Knopf hier? Aha Okay, ich komm mal Hi Hi Äh Äh Ne Ne, bleib drin Jetzt kannst du rausgehen durch die andere Tür Aber du musst vorher noch irgendwo ein Portal machen Achso Hier außen Komm nochmal hier raus Genau, mach irgendwo ein Portal Genau Und geh wieder rein Mhm Hab ich gemacht Ja, und das Gehst du raus aus der Tür rechts Und machst da an die Wand eins für mich Ah Hallo Hervorragend Das ist immer das Ergebnis von Team Arten Also mal knack Ähm Das ist immer schwierig die, äh Die, um erstmal die Umgebung wahrzunehmen Wo muss ich überhaupt was hin? Erstmal so ein bisschen peilen Was hier eigentlich abgeht Ja Und du kannst übrigens, wenn du Tab gedrückt hältst Meine Sicht, äh, sehen Also was ich gerade mach und seh und tu Das ist dann später ganz praktisch Um sich Gegenseitig Äh Die Wege zu zeigen Ich dachte, das sei interessant Für Gewinner jedenfalls Oh, okay Was haben wir hier? Strom Und Wasser Und Würfel Okay Ui Äh Das soll ich Das schreit schon wieder am Portal hier Ja, Moment Ich geh mal gucken Wieso du schon wieder? Warum kriegst du die ganzen Punkte eigentlich immer? Es gibt keine Punkte Das nur Das ist auch der Witz Die Klados Also der Computer, der mit uns spricht Der versucht uns so ein bisschen Gegeneinander aufzuhetzen Bleib mal drüben Und ich mach dir die Tür auf hier Na klar Ah Jo Kann ich jetzt hier rüberholen? Ich hab schon ein Portal aufgemacht Warte mal Ist hier nicht irgendwo noch eine Fläche? Wo bist du? Da hinten? Ah, warte mal Bleib mal stehen Kann ich da durchschießen? Nee, geht nicht, ne? Äh Warte Aber warte Ich kann dir die Tür wieder aufmachen Und du Ja, dann kann ich durchschießen Schieß durch die Tür durch Hier Ja Äh Äh Du musst nochmal drücken Ja, das ist doof Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Wo bist du denn? Mach mal hier hinten deinen Portal Ja, mach nochmal auf schnell Das sollte klappen Ach ja, genau Oh, die kann man Ach Jetzt hab ich den schon mal irgendwo gesehen Du bist ja da hoch, ne? Ja Einer drückt oder wie ist das? Oder beide müssen hoch? Es gibt Der Aufbau ist doppelt Also auf beiden Seiten Genau gleich mit den zwei Schaltern Wir müssen beide Gleichzeitig Beide Schalter drücken Unten und oben oder was? Oder mal zu oben? Ach, ich mach's dir mal kurz vor Wenn du willst Ich bin jetzt hier oben, ja Genau Mach mal dein Hellblaues hier hin Also hier an die Wand So Und wenn du den Schalter gedrückt hast Der neben dir ist Ach, bist du runter? Gehst du hinter dir durch das Und drückst unten den Schalter, okay? Okay Alles klar Bei drei Eins, zwei, drei Sehr gut Ihr wachst wahrhaft als Team zusammen Darf das einen von euch Der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt? Süße Psychoterror Das ist schon echt Das erinnert mich schon an die Singleplayer-Varianten Gerade im ersten Teil Bist du nicht Ich find's geil, dass sie sich für den Koop Nochmal so ins Zeug gelegt haben Echt? Dass der Koop quasi Ein eigenständiges Spiel ist Ja Und auch nochmal eine ordentliche Spielzeit hat Ja Oh, Laser Oh Oh Dies für einen von euch Zur echten Herausforderung Easy War ich schon fertig? Ja Da war aber Zumindest für 8, zumindest das Level Äh Nicht da drauf Nein Nicht da drauf gehen Ach, die Laser brauchen wir, ne? Ähm, wir brauchen erstmal so einen Cube Ah, hier Achso Ah So Genau Und ich mach den Schutz Ich mach diese Wand weg Und du killst die Viecher Alles klar Achso Ich muss stehenbleiben Was soll das? Die gehören zu uns Ein Schwer Okay Die Vernichtung ist Teil des Tests Sie sind für euch nicht wichtiger Einmal einer hier Einer hier Ich glaub wir brauchen das Ding, ja, ne? Einer hier Und Ne, Quatsch Einer hier Genau Und hier und da Warte Sehr gut Oh Ah, wenn er sich T-Muck ist hier Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht Bitte weiter zur nächsten Testkammer Aha Geil Die Viecher fand ich auch cool Ich hab, ich hab auch das Case-Mod von jemandem total geil Der diesen, der diese kleinen Roboter in so einen Case-Mod umgewandert hat Ja Fand ich schon echt niedlich Das Coole ist, es gibt ja auch noch Über den Steam-Workshop Dutzende, hunderte, tausende Maps zum Download Boah Boah Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt In der einen hat die Denkaufgaben bewältigt Und der andere bereit ist, dass es in einem Platz zu wackeln Soll was mit runterfallen? Äh Ach du, einer von uns muss auf jeden Fall dahin Ich muss da jetzt hin, willst du rüber oder willst du die Dinger betätigen? Mir ist das egal Sag mal Dann gehe ich rüber Okay Dann Mach mal So, runter, ne? Äh, ja Alles klar Ah Was denn? Ich dachte, mich zerstampft da oben jetzt Alles gut Äh War falsch, oder? Ne, warte mal, lass mal runter Noch eins runter Jetzt muss ich da rein Eins hoch Jo Ah, sieht doch gut aus Ich Ja Äh, eins runter Und Bleib mal drauf stehen, wenn du unten bist Brauchst ein Portal, ne? Genau Dann mach ich mir doch eigentlich nur Ein gelbes So Hi Okay Weiß er ja Der Hagen Äh Okay Gelb, oder? Glaube, egal Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten Cool, cool Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Entdeckung Das ist doch wieder einer, ey Blue, du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt Immer auf den Blue, ey Ja Immer auf den Dicken Pieper, die in Atlas Nein Ah, okay Ah, okay Moment Gib mir das Ja Du läufst da jetzt mal entlang, weil jetzt musste ich gerade laufen Äh, nee Genau, erstmal das ist dir den hier hoch Ja, genau bleibt das stehen Aua Äh, nee Moment Genau Ach so, genau Dann muss ich mich ja beeilen, ne Ne, warte mal Ich Doch, das war glaube ich richtig Ich muss einmal Ach nee Wenn ich den runterlasse, auf dem du jetzt stehst Ja Dann kommt auf der anderen Seite hoch, ja Das heißt Parallel dazu musst du dann auch den anderen hochfahren Jo Also Stell dich nochmal auf den drauf Ähm Und du springst dann, ne Ja Wenn es Ungefähr bei der Hälfte Ah Nee, warte mal, stopp Mach dir doch ein Portal Hier Und hier Oder Niedriger Jo Kannst du euch Alles klar, schnell rüber Ja, warte, warte, warte Ich lasse erstmal ganz hochfahren Ah Da geht noch was So, und jetzt hier Alles klar Super Äh Kannst du Ja, genau Perfekt So, wo kannst du hin? Wo ist deine Fläche, wo du hin kannst? Ja, ich kann eigentlich Ist zwar jetzt ein bisschen niedrig deins, aber vielleicht Ja Sauber Ja, pass doch Als unparteiischer Beobachter Mh Wäre es unfair Mein bevorzugtes Mitglied Eures Teams zu benennen Ich könnte aber einen Hinweis geben Das weniger bevorzugte Mitglied Würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen Reimt sich auf Schuh Orange, du machst Sehr gut Hahaha Reimt sich auf Schuh Mh Alter, der Humor ist schon unterbrochen Das ist schon cool, ey Ja Auch, die haben es auch schön ins Deutsch übersetzt Ein paar Gags mussten sie abändern Aber da haben sie sich schon Mühe gegeben Red Exhaust Manche Tests sind nicht auf das Labor beschrieben Wow Wow Nix für Epileptiker, ey Hi Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht Wenn ihr es findet, wisst ihr es Hm? Was denn? Äh Na Du hast ne Gestik Bleib doch mal stehen Also mich Dafür werden Orange-Kreaborationspunkte abgezogen Ah, okay Ich kann aber auch Das sind wieder 50 Strafpunkte Mach so weiter und du verlierst 500 Punkte Ja Ja, und dann? Nischt Achso, hier müssen wir nicht lang Nee Wir müssen doch da runter, ne? Schon unten? Jo Ah, mei Ah, hier liegt irgendwo ne Ach ja Hier müssen wir Uns an die Schalter stellen Und gleichzeitig drücken Warte, ich mach mal nen Countdown Ja Na War wohl nicht ganz so, oder? Doch, äh Wirst du hin? Die Tür hat mich zerquetscht Kommst du wieder? Ja Nochmal Ach, da, da, ja Diesmal laufe ich aber nicht durch Mhm So Genau, hier liegt ne Disk Die kannst du ja mal mitnehmen Kannst du ja vorne reinstecken In den DVD-Player Glückwunsch Zur Bewältigung Dieses absolut sinn- und herrnlosen Tests Oh, eins noch Wenn ihr die Teststrecken verlasst Kann ich euch nur durch Beweitsame Demontage zurückholen Aber was hier steht Do not trust him Geil Ja Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt Ich halte das übrigens für einen Mangel Was hat ihr jetzt gemacht? Die hat uns einfach die Luft gesprengt Das ist ja ne blöde Kuh, ey Ja Also mal wirklich Das gibt's ja gar nicht Komischerweise Ich hätt auch gern so ne Portal Gun Oh, jau Das darf man Blödsinn machen können Das Jo, das war Part 1 Tja Die müsste so viel kalt machen, die Alte Äh Ja Machen wir die 2 noch, wa? Jo Meine Grafikkarte macht ja noch mit Juhu Äh, 2 2, du hast ja 1 gemacht, oder? Ne, äh, das ist Kammer 1 von Ach, der Abschnitt Achso Okay, alles klar Tja, vor GLaDOS ist jetzt erstmal nichts mehr zu hören, wa? Kommt schon Ach, da bin ich mir Da bin ich zuversichtlich Das ist jetzt 8 Kammer Nummer 6 Und die dauern dann schon wesentlich länger Äh Also ja Die Gegend zu laufen Woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen sollen Da ihr zum Glück kein Menschen seid Ich habe die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet Und die Lopo den Eifern Okay, bleib mal da Mhm Du springst jetzt Ins Portal rein Ja Wow Aber die klingelt das Telefon Jo, joa Das ist ja ein bisschen weiter So Kommst du auch? Ja, du musst mir das auch nochmal machen Ah, okay, warte So So Alles klar Uh, da ist er Soll ich abgedanced? Das ist schwer, ey Äh Ach ja, Peilung, 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 Peilung Oben, unten Ach, da oben sind schon wieder Portale Hat auch was zu bedeuten Wo? Äh, Portale sag ich schon Ähm, weiße Flächen Naja Ich glaube, den gleichen Spaß nochmal wie eben Hier Ich hab dich nicht gesehen Du bist so weit weg geflogen Äh, genau Und du musst jetzt irgendwie da hinkommen Äh Okay, kein Ding Warte Äh, ich kann mir auch selbst ein Portal bauen Okay, da bin ich schon mal Kannst du dir hier eins hinmachen? Dahin? Jo Ja Dann spring mal durch Ball 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 Ah Den Sicherheitswürfel, der übrigens ein Ball ist Ihr seid ja gar keine Menschen Keine Heucheleien nötig Ihr könnt euch nicht vorstellen Wie ermüdend es ist Jemanden dafür zu loben Dass er einen Sicherheitswürfel Aaaaaah So sicherheitswürfel in einem Loch, ey So Oh Oh Das ist ja Glasfläche, ne? Ah, Moment Macht ja auch keinen Sinn Spring mal rein Äh Ich bin mir schwindelig Ah ja Ich muss Nein, bleib dran Oh Mir schwindelig Echt jetzt? Ja, okay, warte Mal mal, komm Boah, jetzt hab ich auch Tempo Boah Alter Schwede, ey So, das gleiche musst du jetzt noch mit mir machen Erstmal hier Erstmal hier Warte Nein Nein, das war das Falsche Yes So Was fehlt jetzt noch? Ja nischt Achso, das war's schon? Ja Okay Boah Eigentlich hätten wir noch ein bisschen, äh Hätten wir das noch ein bisschen filmen müssen So, so ein 5 Minuten Ding Ganz halt in den Tunnel rein Alter Da wird's einem irgendwann wirklich schlecht Alter, da wird's einem irgendwann wirklich schlecht Unwürdig oder minderwertig empfindest Warte, dafür reicht die Zeit nicht Denk einfach, wenn du Blue überlegen bist Blue Da ist ein Knopf, da müssen wir hin Warte Warte Da hinten sind Knöpfe Da müssen wir hin Ich kann aber da hinten hin was zaubern, oder? Warte Ist da, ist da, ist da, ist da im Portal oder sowas? Ja, hier Hä? Ach, da oben, guck mal Da musst du rein Äh, wenn ich jetzt rübergehe, ist das weg, oder? Nö Können wir hier hin? Okay Ah, alles klar Okay Äh, welches muss ich wegmachen? Ich muss immer erst mal überlegen Mach das, ich brech gleich Wow Oh, der war gut, ja Wenn ich jetzt draufgehe, ist das weg, ne? Nö, ich, wenn ich hier stehe Genau, nicht, nicht da durchgehen Ja, ja, dann ist das weg, ne? Ich muss erst außenrum und in die abnehmen Okay Hier unten Ich dachte, das geht schneller Cool Boah Boah Alter, wieso mich zusammensticht hier überall Scheiß mit Mücken Ach, hast du viel zu Hause? Gibt's ja gar nicht Eigentlich gar nicht Weil mein Kater frisst eigentlich jede, die über den Weg läuft, aber Einer hat's anscheinend überlebt und die hat mich jetzt gerade schon ordentlich zugerichtet Ah, ist so anstrengend Aber für Leon wäre das schon nix, ey Ne, der, dem würde jetzt schon der Kopf rauchen Hast du geguckt? Ach ja Äh Moment Guck mal Ja Wenn du da dein, dein Wenn du Schwung hast, lass ich dir hier unten rauskommen Dann fliegst du hier hoch Dann musst du den Button drücken Dann fliegst du wieder runter Dann kommst du hier raus Und dann musst du den Button drücken Ja, okay Kriegst du das hin? Ja, werden wir sehen Guck mal Okay, ich bin in Position Gedrückt Okay, und den nächsten Sauber Juhu Oh, Bälle Ach, du Scheiße Was für ein Jongliertest? Was machst du denn da? Hey, nimm mal einen mit Hab ich gemacht Ah, ne, geht der eh kaputt Oh Wolltest du mit spielen? Ja Ja Ja, vor allem wer sich Diese ganzen Level Ausdenken tut Das ist schon echt Es gibt ja Wie gesagt Im Workshop kannst du dir auch Fanmade Levels runterladen Das sind auch Krasse Dinger dabei Also mit hier rein Und nochmal ein Portal Und dann noch raus Und nochmal ein Portal Und das ist schon witzig Ja, vor allem kommen ja dann noch Andere Sachen dazu Die Traktorsträhle Kommen noch dazu Und die Gehle Drei verschiedene Gehle Ich habe draußen Ein springendes Reh beobachtet Euch interessiert das Was passiert gar nicht, oder? Okay, hast du? Ah, da musst du auch rein Uh Aua Ja gut, ich muss natürlich Meinen nehmen, ne? Oh Äh Geil So Ah, das ist hässlich Das vergesse ich jedes Mal Wie es geht Wie wär's mal so? Oh Hätt ich da oben vielleicht Nur mal drücken müssen, oder? Mach mal hier eins Auf der Rückseite, oder Vorderseite? Auf der Wenn's geht, auf beiden Okay Moment Dann komm ich Boah, das sah ja mal cool aus So Bisschen was von Spider-Man Jetzt ist aber Warte mal, wie war denn das Wenn ich Ich da oben bin Ähm Ähm Lauf mal bitte zurück Und ohne Portal zu machen Spring einfach an den Sprung Apparat Da Ohne ein Portal zu machen Ja, einfach mal reinspringen So, jetzt haben wir dich schon mal drüben Warte mal Und jetzt war das irgendwie Wo musstest du denn eigentlich hin? Wie war denn das noch mal? Ach ne, komm nochmal zurück Komm zurück Komm er zurück So Äh, geh nochmal ganz am Anfang Und mach mal hier auf der Seite Die zu dir guckt Eins Ja Hm Okay Und jetzt spring Durch Durch mein gelbes An dem Sprung Das wird, glaube ich, nix bringen, oder? Da will ich gegen den Knallen So Moment, das muss ich kurz überlegen Musst du hier hoch? Und kannst hier nicht hoch, oder? Mach mal hier dann dunkelblaues Jo So muss ich auch der sagt, dass Herr Blau machen, oder? Ne, ne, ne Okay Ja, sowas Alter, beim ersten Mal hab ich da ewig rum überlegt Oh, ist noch eins Kann man da durch? Da kann man auch durch, ne? Da ist aber nix Ach, da oben ist der Würfel, ich sehe ihn Was zum Teufel Genau, ich glaube, da musst du jetzt rein Mit dem Sprungapparello und hier Alles klar Glaube ich zumindest Jetzt bist du drin Ja, das kann ich zwar zwei Portale machen, aber ich glaube Ah, aber Ach, ne, jetzt Ach, Quatsch Bleib, wo du bist Ja Geht ja nicht mehr anders, du hast mir eingesperrt Achso Ich bin ja doof Erstmal den hier Ah, ist schon witzig, ich hab grad Blindflug Wieso? Ich sehe ja nur ein Tor Ich sehe ja nix mehr Du kannst ja Tab drücken und mir zugucken Ja, das ist richtig Ah Alter, was versprungen So Ich glaube, jetzt musst du mir da ein Portal machen Jeweils an den beiden Dingern Und ich muss Ja, aber da darfst du nicht durchlaufen Und dann gehen sie Eck Genau Oh So Jetzt hol ich dich hier nur noch rüber Und mach dir einfach hier mal ein Da kannst du jetzt einfach durchlatschen Hallo Geil Geil Und steckt mehr, hast du's gehört? Das ist richtig Steckt mehr drin Das ist doch mal cool Warte auf Partner Ich warte auch auf einen Partner, ey Alter Pieper Ich bin der Pie-Buddy Sechs von acht Uh Uh, der Haken Der Haken der Brain, ey Jaja, ich hab's bisher jetzt schon zum Dritten oder vierten Mal Also zumindest die ersten beiden Kammern Die Drei, vier und fünf Und die Bonus Hab ich glaube ich auch erst ein einziges Mal gespielt Oh, Yoshi Nee, ist die Lucy Geh weg Ach, ich kann ja durchgehen Gehen hier ist auch noch was Die ist wieder Boah, ist ja ein episches Level Die jagt wieder irgendwelchen Mücken oder Fliegen hinterher Ah ne, Moment Ich muss erst mal So Wo ist denn, wo ist der Knopf überhaupt? So Ach, da hinten sind die Würfel, ne? Oh, 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 oh Uh Ich bin in einer Schleife gefangen Moment Äh Würde ich dir helfen? Nee, nee, nee Ich wäre da rüber Wo, worüber? Achso Jetzt hab ich's glaube ich gecheckt Ich kann dir helfen Warte Nee, passt schon, passt schon Okay Hörst du einfach rüber laufen können Wo ist der Würfel? Gleich hier oben Guck mal, hier ist der Knopf Ich glaub hier hinten, ne? Hier oben? Ach Oder da? Jetzt, Moment Mach mal das gleiche wie ich gerade Ähm Oder Stell dich mal hier hin Nein Das war Verfrüht Äh Okay So Und du musst mir jetzt Hier eins machen Und wenn du da reinfliegst, ja? Und da wo ich reinflieg, eins Aber erst Mach erst mal das andere Ja Wow Jetzt müsste auch der Würfel irgendwo Hinten Ah Ich kann natürlich nicht mit rüber nehmen, ne? Nee Äh Ähm Ähm Wie krieg ich denn jetzt darüber geschossen? Warte, da oben Tuck Und dann darüber Tuck So wie du das gemacht hast, glaube ich Genau, so wie ich das gemacht hab Ähm Warte 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 Ich werd mir ja mal Genau Äh Äh Ich kann ja mit dem Würfel fliegen, ne? Ja Ah, das war eher nicht so spektakulär, glaube ich So, wo ist denn hier Ja, da Warte mal Wir machen es uns viel zu kompliziert Ich werd irgendwo durchschießen können Hm So Hier stellst du dich wieder rüber Und machst das gleiche wie eben Super viel, Sir Aber gleich Von Anfang an Also direkt jetzt schon Die zwei Portale machen Hab ich schon Einen hab ich schon gemacht Achso, geht's schon? Ja Ja, da hab ich das Kannst du Gas geben Oh Würfel 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 Okay, ich komm nach Ja Ja Es müssen nur noch beide da hoch Also Gleiches Spiel nochmal Äh So Und so Jetzt bist du oben Dann geh ich rüber Okay Dahin Und dahin Ich komme Juhuuu Schee Mann, 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 ey Oh Ach, das ist so Timing-Geschichte Ach, muss doch glaube ich Der Ball da mit drüber geschossen werden Oder was, ne Google oder so, ne Äh Jein Also einer von uns Muss hin und her springen Die ganze Zeit Und der andere Muss den Knopf drücken Und der, der springt Der muss in der Luft Den Würfel dann fangen Warte mal Wo kommt der Drück mal Sehr gut Wo kommt der jetzt raus Der Würfel Da vorne Und dann Springt der rüber Ah Der kommt aber nicht Bis da ganz hin Warte, der muss Da, da ist das Tor Der muss Ja, wo muss er denn Du musst ihm entgegenfliegen, oder Hier, pass auf Hagen, guck mal Du müsstest von der Anderen Seite Hier hin springen, glaube ich Oh, sorry Oh Und ich müsste dir Einen Knopf drücken Damit du entgegenspringst Oder so Oh, Moment Schnell testen Ja, jetzt bin ich In der Schleife Okay Kommt Okay, warte Kein Problem Jetzt beim zweiten Mal geht's Jetzt Oh, so hoch Sehr gut Oh, komm einmal noch Siehste So Hab ihn Schmeiß den irgendwo los, ey Oder soll ich die aufhalten Boah, hast du Vor die Wand geknallt, ey So Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests Aber etwas verunruhigt mich Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Hm Aber sowas von klar Ja Warst irgendwie schon gesellschaftskritisch Was für Cool, ey Ja, aber super War es jetzt der siebte oder der achte von den zweiten? Das letzte, ne? Äh, das müsste jetzt das letzte gewesen sein, ja Ihr seid wirklich viel zu langsam Ne Ne, oh, oh Oh Ah, wir müssen beide gleichzeitig gegen diesen Knopf oder was? Knopf schlagen Okay, warte mal Du fliegst dann dagegen und ich flieg dann dagegen, oder was? Und dann fliegst du dagegen und ich flieg dagegen Oh Oh mein Gott, ey Wenn du springst, springe ich auch Okay Warte Countdown, war der F oder R? Äh, F gedrückt halten Achso, okay 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 Los Wow, war gut Äh Oh, Laser Also das Ding hab ich schon mal Ja Äh Ach, wieder Countdown Ähm Ah, das war, das ist Das ist total beschissen Ich mein Laser Achtung Okay Genau Moment, mal warte mal, bis die Dinger weg sind Weil derjenige, der mit dem Würfel da drin steht, der muss dann auch festhalten Weil der Würfel ist zu niedrig Ich halte ihn jetzt mal fest und du stellst dich mal da hin Ich soll dich da hinstellen? Ja Und jetzt machst du dir ein Portal am Boden Und eins so, dass du gegen die Sprungfeder springst Sprungfeder, Sprungfeder, ich seh keine Sprungfeder Die da oben Du bist tot, oder? Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann Das kriegen wir schon irgendwie hin Ach, warte mal Achso, ja, ja, ja Ich, jetzt, äh Ich verstehe Ich müsste da rauskommen, glaub ich Genau Und Gleiches Gleiches Spiel nochmal Und da unten Okay An der höchsten Stelle Okay, mach ich Ab geht Hab ich Sauber Ach, hab ich abgestellt, das Ding, oder was? Jo Ah, okay Boah, bin ich jetzt, welchem Männchen geflogen? Ging ihr da oben? Alter Schwede Äh, das war, wie war das? Das war hier und hier? Ah Ah Ach, genau Das ist nur ganz kurz, aber Okay, komm Äh Ich hab ich jetzt fast geschafft Sorry Sorry Hm, okay Ah, kein Ding, bin ich mal da Da schmeißt er sich weg, ey Halben Okay Hallo Hallo Nach dieser Vorstellung Ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht Ah, was? Ah, was? Ha, ha, ha Ha, ha Hammer, hammer Ah, das strengt schon an Das war geil Beim Siegelplayer bei den schweren Leveln Da musste ich dann auch schon, also glaube ich, so nach Jahrzehnten oder so Pausieren Ja Weil ich gemeint, das ist ja ein Matsch, das stimmt Oh, das ist ja ein cooles Level Äh Knöpfe? Ah Wo wir sehen Ah, okay Ich weiß es wieder Genau Und jetzt muss ich Den auffangen Ah Okay Gleiches Spiel nochmal Nur getimed Äh Okay Ich hab jetzt gar nicht gesehen, wo das gekommen ist Du hast Wenn du da reinspringst und deinst Dann Den Knopf gedrückt, ja Und dann kommt der Cube hoch Und wenn der oben ist, muss ich springen und den in die Luft auffangen Also müsste ich jetzt zuerst Ja Okay Ab geht's Ab geht's Und gedrückt Okay Komm, 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 komm Oh, da ist er doch Cool Genau Genau Und ich halte jetzt damit den Ventilator an Das kannst du mit der gleichen Methode wie eben Darüber durch den Ventilator durchspringen Also Auch an der gleichen Stelle Das Portal Wie gerade eben Nur Ach hier Ja Ah, okay, alles klar Runterweg Wow Alles klar, ich bin Ich geh mal durch, wa Jo Jetzt brauch wir einen Laserstrahl, ne Ah, den brauch mal jetzt Das ist richtig Kannst du irgendwo bei mir drüben noch einen Portal machen? Ja, ich renn mal durch, um zu gucken Warte, ich muss noch kurz irgendwie gucken, ob ich hier durch die Scheibe bekomme Warte, warte mal Ich kann doch Hier, ich hab's dir rübergeschickt Hä, wo denn? Ah, warte Ja, in dem verklasten Raum vorne, ja Ah, sehr gut Es kann nicht rüber Äh, jetzt muss ich mich aber beeilen Da ist er Boah War dagegen geknallt So Aber wir gleichzeitig drücken Eins Zwei Drei Stapf, 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 stapf Ja, das macht auch schon Also wirklich, das macht ziemlich viel Spaß zusammen Auf jeden Das ist total cool Vor allem die ganzen Bonuslevels Dann gibt's auch noch diesen Koop-Mode Ach, da will ich ja einen Disc haben Äh, diesen Challenge-Mode Wenn's einen Disc gibt, sind wir gleich wieder kaputt Ja Sehr gut Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden Ihr müsst hierbleiben, damit ich sie sehen kann Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht Ja, wir sollen nicht hochladen Wahrscheinlich, du sollst bitte, bitte benutzt keine Tauschbörsen Das war schon cool Das hab ich damals Äh, für die PS3 gekauft, das Spiel Weil die Steam-Version dabei war Also quasi doppelt gemoppelt Oh, okay, ach, wir spielen schon Wow Es gibt ein Achievement, wenn du dreimal hintereinander gewinnst Echt? Ja Aber es kann dauern Ja, ey Ja, ey Ja, ey Ja, ey Ja, ey Ja, ey Ja, ist schon nett animiert, ey Muss man sagen Was meinste? Äh Mach mal noch ne Kammer, oder Ich weiß nicht Wir haben jetzt ein Ich weiß nicht Stündchen ungefähr gebraucht für die ersten beiden Stündchen haben wir ungefähr gebraucht Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt Aber ich denk mal Ich denk mal Man kann sie jetzt Man hat von dem Spiel auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommen Auf jeden Fall Ich denk mal Ich glaub, das reicht, oder? Central Night Gaming mit Portal 2 Wir haben ja noch ein paar Kammern Vielleicht können wir die das nächste oder übernächste Oder wenn wir mal gar keine Lust Äh, keine Ahnung haben Genau Ich mein, wir haben jetzt Kammer 1 und 2 gespielt Ja Und wenn Wenn ihr mit der Meinung gesagt Ja, wir würden gern mehr sehen Kein Problem Schreibt uns einfach Ähm, an Meinetwegen Central Night Gaming Ich glaube SNG ist eingerichtet SNG At GamesFinance.de Oder halt über Facebook Und dann Werden wir sicherlich auch gern die anderen Kammern spielen Dann Denk ich mal Boah, jetzt krieg ich auch noch einen Kuss Und ich wollte noch essen Hahaha Gott, ey Waaah Ne Okay War cool Super Dann, ähm Danke fürs Zuschauen Ähm, wir hoffen Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir Ähm Wir hoffen, dass wir wiederkommen Das nächste Mal mit einer stärkeren Besetzung Aber dann müsst ihr auch mehr Spiel Also ein anderes Spiel nehmen Was auf jeden Fall mehr als zwei Spieler unterstützt Und dann wird es wieder ein bisschen witziger Gucken wir mal Tennis Wir hätten ja eigentlich nochmal gerne Tennis für euch vorgestellt Aber Der Ladenmodus des älteren Tennisspiels Ließ zu wünschen übrigens Ja, allerdings Ähm Es sah aus wie Standbild Deswegen haben wir darauf verzichtet Aber ansonsten War es das erstmal Mit Central Night Gaming Ähm Ich, Martin, sagt Tschüss Und der Hagen sagt auch wahrscheinlich Tschüss Hahaha Genau Ah, super Ähm Und dann sehen wir uns im Chat Hören uns Lesen uns Macht's gut zusammen Jo, bis dann Tschau Tschüss Und dann sehen wir uns im Chat Und dann sehen wir uns im Chat